Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer Runde DELETE ONE PART Freunde, ich habe heute meine Vergrößerungsbrille dabei Wir werden uns natürlich mal wieder die höchst brisanten Geschichten anschauen, die hier so passieren Und naja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, lasst ein Like da, let's go und yalla Was haben wir hier? Okay, Frau ist völlig verliebt in den Mann Ja, kann man verstehen, sieht ja auch nicht schlecht aus, beide ein Traumpaar Aber wenn wir, oh, Junge, Alter, wenn wir da hinterm Kissen gucken, finden wir Handschellen Okay, kann man natürlich so machen Aber was ist das hier? Er hat anscheinend einen Mann Er ist vergeben, Leute Ja, was soll man da machen? So ist das manchmal, ne? Was haben wir hier? Hm, das könnte ein Fall sein Ein Fall des Falles, Leute Wir haben hier nämlich, ähm, er, der sich mit einer anderen mittlerweile trifft, okay Und, oh, Junge, die hat ja sowas von der Perücke auf, Bruder Seh zu, dass du rennst Also, schwierig, Leute Das ist so der Moment, ne? Wenn man halt hinzugeht, guckt und dann in echt sieht das halt so aus Ja Oh, was haben wir hier? Gleiche Frau trifft sich mit altem Opi Wie kann das sein, dass der dann aber so sauer ist? Sei doch froh, dass du so eine junge Dirn abgekriegt hast, Kollege Gucken wir mal Ähm Also, Leute Da sag ich jetzt mal nix zu Äh, was haben wir hier? Oh, Bruder Oh, no Er steht da in Boxershorts und das gibt auf die Glocke, Alter Ja, schwierig Aber ich dachte, der Also, ich dachte, die beiden haben nix hier Naja, wir gehen das mal weiter Oh Was ist das? Der Typ hat mal voll die Ekelkarre Sie sagt Ich will keinen Mann, der ein blödes Auto hat Ja, dann mache ich das Auto mal Gold Und dann findet sie ihn auf einmal wieder attraktiv Und er feiert das auch noch Also, was soll ich dazu sagen, Leute? Ganz schwierige Situation Was geht hier ab? Ähm Frau hat Kleid an Ich guck mal ganz kurz, Digga Ist hier alles entspannt? Ja Wenn wir den Schneemann wegmachen Bringt nix Aber wenn wir die Wolke wegmachen Kommt Sonne durch Und dadurch schmilzt es Und Yo Da vorne ist ja wieder der Typ mit der anderen jetzt dieses Mal Scam Absoluter Scam Ja gut Gucken wir mal weiter Was haben wir hier? Ähm Blonde Dame ist jetzt endlich mal mit dem Typen Er hat sich entschieden Und ja Die Wolken machen wir mal weg Ne, geht nicht Wenn wir den Regenschirm wegmachen Kriegen beide einen Blitz Und er wird umgelegt Ja, das kommt davon Wenn man immer fremd geht, du Dulli Das macht man nämlich nicht Vollidiot Was haben wir hier? Oha, Alter Das ist Rex, Leute Darf ich euch Rex vorstellen? Dieser Hund Der Also der sieht wirklich sehr gefährlich aus Ich glaube Wenn da jetzt hinter Vielleicht der Typ wieder ist Könnte das tatsächlich schwierig sein Aber Nein Hier sind nur Katzen Ähm Oh, Junge Der Typ Wo ist denn der? Oh, wir lassen mal die Leine los Und Plötzlich stehen die beiden da Hey, da waren doch gerade noch Katzen Wie können die denn jetzt da sein? Sag mal Wollen die mich hier hops nehmen oder was? Sollen es Weiter Oh Jetzt haben wir mal eine ganz andere Situation Der kleine Dulli Steht da nämlich Sie Immer treu gewesen Sieht jetzt Den übelsten Adonis Junge, der sieht ja fast so aus wie ich, Leute, ne? Sag ehrlich so Also ich Ich glaube Das kommt hin, ne? Auch mit den Haaren und so Leute, ich würde sagen, ja Schreibt mal rein Hashtag der nur in die Kommentare, ne? Wenn ihr das auch so seht Aber In echt Ist der Typ Jemand mit einer Glatze Okay Wir lassen das, Leute Also ich sehe doch nicht aus wie der, ne? Was haben wir hier? Einen Kühlschrank Sie zeigt auf den Kühlschrank Ich gucke mal ins Bett rein Da schläft nur eine Katze Alles entspannt Ich gucke mal ins Vierfach Alles geschmeidig Aber was ist hier Ähm Bro Der hat da einfach Eine Frau in den Kühlschrank gelegt Und das war's Die ist komplett weg Die ist einfach weg Die ist totgefroren Ach Leute Also versteckt euch niemals im Kühlschrank Ja, ich sag euch wie's ist Was haben wir hier? Oh Hauer Hauer Ha Also das ist ja mal ein Fall Hoho Moin Für die Vergrößerungsbrille Da muss ich jetzt mal Einen genauen Blick hinschauen Also ich sag mal so, Leute Das sieht schon attraktiv aus Wenn eine Frau am Trainieren ist Aber Ich finde das hier ein bisschen zu heftig Ähm Was können wir denn machen? Wir könnten sein Gewicht präparieren Das wäre auf jeden Fall mega witzig Wir könnten Ähm Also wir könnten Wisst ihr wie ich mein? Junge, was geht denn jetzt ab? Wir könnten es echt tun Yo, Bruder Was geht denn hier ab? Alter Was? Ähm Das war die Lösung? Ach du Heiliger Okay Wir machen erstmal weiter Es ist Schwierig Was haben wir hier, Freunde? Wir haben Ihn wieder den Opi Der richtig sauer auf die Frau ist Weil sie sich ja mit ihm getroffen hat Kann man alles verstehen Aber Was ist denn hier mit seinem Bein los, Junge? Was zitterst du so? Geht's dir gut, Opi? Ich glaub, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, ne? Ähm Was haben wir hier? Wir könnten den Schrank nehmen Ne, die Tasche Auch nicht Wir könnten Was könnten wir denn machen? Boah, ich muss jetzt echt mal gucken Wenn wir den Schrank wegmachen Fällt die Tasche Mit Den Fotos raus Und warte mal ganz kurz Der Opa ist mit dem Typen am Strand am Start Was? Für ein Plot-Twist Bro Dieses Game macht mich fertig, Alter Was geht denn? Weiter Okay, Mann Das Spiel macht aktuell richtig Bock, muss ich sagen Ich guck mal einfach rein Also, wir haben jetzt hier Eine Badewanne mit Schaum Wo alles entspannt ist Jetzt hat sich hier eine entspannte Badewanne gemacht Aber hier ist ein Fenster anscheinend Wir gucken mal dahinter Ne, das passt auch nicht Ähm Wir hätten hier ein Pflaster Was passiert dann? Oh, da ist der Typ nämlich wieder in der Badewanne drin Und das geht hier immer so weiter Meine Güte, trennt euch endlich Hört auf mit dem Mist Wir gucken weiter Zwei Leute mit Corona-Maske Okay, das könnte interessant werden Wenn wir ihnen den Hut abnehmen Weiß sie auf jeden Fall straight Wer das ist Es ist nämlich wieder der Typ, der fremdgehen Ähm Also, Leute Findet ihr das schön, so eine dicken Lippen? Weiß ich ja nicht, ne? Was können wir noch machen? Nix Ah ja Dann werden wir den mal auffliegen lassen Und das sieht ganz schlecht für ihn aus Tja, Kollege Na Wenn ich da bin Ich find sie alle Was haben wir hier? Okay Typ versteckt sich hinter Typ Sie ist bisschen müde Wenn wir Oh nein Oh nein Oh nein Es geht weiter Sogar beim Friseur Oh Leute Okay Gucken wir mal Was ist noch so Oh Er schenkt ihr dieses Mal Blumen Jetzt hat sie natürlich richtig schlechte Laune Weil ich glaub, das wird langsam ernst zwischen die beiden Und es hätte ich mal begriffen Na ja, lass uns mal was Bienen ist drunter fallen, oder? Oh, der wird völlig zerstochen Bro Du siehst jetzt aus wie Wie eine Rentnerleberwurst, Kollege Weißt du, ich mein? Lassen wir mal lieber, Leute Wir gehen weiter Also der Typ hat jetzt noch genug Guck, wie sie lacht, Leute Schadenfreude ist die beste Freude Sagt man Aber ist nicht immer Was geht hier ab? Oh, oh, oh Wir sind hier wieder on the beach, meine Freunde Wir sind am Strand Und was muss ich hier sehen? Interessante Dinge, die hier passieren Man könnte den Sonnenschirm nehmen Dann würde er vielleicht verbrennen Wir gucken mal Hier können wir Gott sei Dank nicht viel machen Okay Was haben wir hier auch nicht? Wir machen den Sonnenschirm weg Let's go, Leute Was passiert? Hm Erstmal nichts Was könnte man denn sonst noch so weg? Die Sonne Tja Was, die Sonne auch nicht? Hm Wir könnten Eventuell Den Sonnenschirm kürzen Dadurch hätten wir einen Speer Und Tatsächlich Hä? Ich verstehe es nicht Aber Er wurde anscheinend gegrillt Also, Leute Hat das jemand von euch verstanden? Was da gerade passiert ist? Bin ich mir nicht sicher Aber Okay Sie Leute Die ist auf einer Verrücktheitsskala Von 1 bis 10 Ist die eine 16 Ich sag euch, wie es ist Was haben wir hier? Der Typ Sie Hecke Nix los Nix los Ein Automat Was ist Oder was ist hier in dem Automat? Was ist hier in dem Ist die da jetzt echt in dem Getränkeautomaten drin? Reicht das nicht? Dass die in dem Kühlschrank fast gestorben ist? Muss die jetzt in dem Getränkeautomaten drin sein? Was ist denn da los? Ah, komm ey Weiter geht's Oh, Junge Oh, Junge Wir haben mal wieder eine sehr interessante Situation Da ist eine Burg, Leute Hehehe Und er ist schon richtig Hehehe Also Ich sag mal so Er ist begeistert, Leute Ich guck mal Was jetzt so passt Schnitt Schnitt Ich hab gesagt Schnitt Was haben wir hier? Ähm Zwei Leute, die sich gerade wieder sehen und verliebt sind Ja Und hier ist die Zeitung und sie hat das alles gesehen Und er war mal so Ja, schön, dass du heute auch hier bist Äh, ich bin zufällig im Park Alles entspannt Und Regina ist auch dabei Tja Tja So ist das nämlich Was haben wir hier? Oh, Hau Ähm Sie ist sehr begeistert Und er auch Also er sieht eher aus Junge, kommst du überhaupt noch klar? Digga Zimpt mal nicht so rum, du Dulli Alter, was ist das denn? Ja, ich weiß ja nicht Aber an der Frau ist irgendwas nicht ganz koscher So ein Ding ist das nämlich Ja Die hatte nämlich Ballons Unter ihrem Top So Ah, schwierig Leute Sag ich euch, wie es ist Was haben wir hier? Da ist ein Spiegel Und hier ist ein Rock Und wir machen den Spiegel Oh, Alter Schwierig Schwierig, Leute Machen wir direkt weiter Lassen wir Reden wir einfach auch gar nicht drüber Okay So, was haben wir hier? Da ist ein Einbrechertyp Er hat richtig Bock Einfach mit so einer Klinge Jemanden ein Also wirklich jemanden Einfach hops zu nehmen Hier ist der Mond Und sie hat sich in den Wehrwolf verwandelt Was geht jetzt ab? Bro Die ist ein Wehrwolf Hier sieht man nämlich Sie versteckt sich schön hinterm Busch Und er will ihr ein Geschenk überreichen Und der hat gar nichts dabei Hey, der hat doch gar nichts dabei Warte mal ganz kurz Was haben wir denn? Oh Vielleicht ist das Geschenk auch ein bisschen kleiner Weil es ein Hochzeitsring ist Könnte natürlich sein, Leute Hm Was haben wir hier? Gucken wir mal Ich muss auf jeden Fall vorsichtig agieren Ich gucke mal weiter Wir machen mal durch das gesamte Bild Warte mal Wenn wir oben nur die Schleife machen Auch nicht Und wenn wir das nur machen Hier, das untere Stückchen weg Hm Was ist denn, wenn wir Bro Also jetzt hör mal auf, mich zu nerven, Mann Was könnte das jetzt hier sein, Leute? Könnte man ein Herz daraus machen? Auch nicht Ha Ich hab das Geschenk aufgemacht, Digga Warum bin ich denn so dumm? Wie kommt man denn nicht darauf, das Geschenk aufzumachen? Ey, nee, da ist ein Clown drin Sie hat den Eiskalt installiert Und da sieht man sie wieder, ne? Boah, Bro Die sieht aber wirklich sehr gefährlich aus Okay, Leute Wir gehen weiter Und wir haben Opi wieder hier drin Ähm Da ist die Gardine Und ja Ich gucke mal hier ganz kurz so rein Alles sieht entspannt aus Okay Was haben wir hier? Auch alles entspannt Warte mal Da unten war was Oh, Junge Er versteckt sich da Und es gibt wieder dicke Schlägerei Also irgendwann muss da auch mal Schluss sein, oder was? Was haben wir hier? Da ist ein Bär und sie Wenn wir den Bären allerdings wieder in den Typen verwandeln Oh Er schenkt ihr mal Blumen Jetzt Macht das Falscher Hund Ich sag euch nur, das ist ein falscher 50er Was haben wir? Wir haben hier eine höchst interessante Situation, meine Freunde Lass mich einmal schauen Ah, ja Ah, ja Wir könnten, wenn wir wollten Wollen wir aber ja eigentlich nicht, oder? Ah, Leute, schwierig Also Ich gucke mal lieber hier Ich gucke mal lieber da Und da spannert einer durchs Fenster Und Junge Also D.O.P. Die Leadborn Part Wird immer schlimmer Was haben wir hier? Da ist eine Tür Mit einem richtig fetten Geschenk Sie freut sich Er kommt raus Und Junge, der kämpft ja richtig um sie Alter Oh nein, er ist schon wieder Ich wusste es, Leute Ich wusste es Es ist wieder so Man könnte natürlich jetzt auch Das Tempostat und die Sonne wegmachen Aber, Leute, ich weiß, was Frauen mögen Ein schönes Cabrio Und dann ist alles entspannt Und die fahren jetzt hier Richtung Sonnenuntergang Und wir haben hier die Banban-Edition Das Erase-Game Ich klicke mich einfach mal rein Wir gucken mal Und, Leute, es geht auch schon gut los Stoppen Sie den Opilla-Birdvogel Ja, gut Dann sage ich mal so Dann mache ich mal weg Und tschüssi, mein Bester Hau rein Digga, das ist ja irgendwie schon ein ziemlich witziges Game Okay, Leute Dann werden wir jetzt natürlich mal gucken Was hier noch so geht Da Oh nein Hey, Captain Fiddle fängt an zu weinen Wir müssen den Drachen einmal In Stinger Flynn umwandeln Und da kommt er Und sagt zu seinem Kollegen Hey, Bro, alles entspannt Okay, guck mal weiter Lass sie sich verlieben Aha Ähm, wir haben hier Bambelina und Opilla-Bird Sind das nicht, äh, zwei Mädels? Okay, das ist sehr interessant Ähm, ich mache einfach mal das hier Und Opilla steht anscheinend auf Eier Cool Also ihre eigenen da, ne Ihre Kinder so Weiter Ja, das ist, ähm, hat sie sich jetzt in ihre Kinder verliebt Oder jetzt ein Bambelina Das weiß ich nicht Wir gehen weiter und gucken mal Die Flucht vor dem Monster Oh nein Wir haben hier Jumbo Josh Wir können hier nix anmalen Wir können hier nix machen Aber hier können wir ein bisschen was machen Und Aha Jumbo Josh schläft jetzt Und die anderen beiden sind abgehauen Ah ja, okay Spannend Hol sie sich die Belohnung Oh, Bambelina will hier für Bambelina Einen richtig dicken Ard rausholen Aber Hier unten ist die Belohnung drin, oder? Oh, da ist Jumbo Josh mit Hagiwagi Und wer klatscht das Ding gegen Bambelina Und Bambelina lacht Also, weiß ich ja nicht, ne? Aber Schauen sie den Opilla-Vogel ein Oh Bambelina hat hier, glaube ich, ein kleines Problem Der muss jetzt hier irgendwie Opilla-Bird von oben kriegen Ähm Ja Er holt jetzt einen Vogel Und was macht der? Der schlägt da gegen den Baum Opilla fällt runter Und Bambelina kann sie mitnehmen Digga, der ist ja Der ist ja voll trainiert Mann, was geht denn eigentlich bei dem ab? Moin Warum ist der so traurig? Bambelina steht hier und weint Neben dem Geldautomaten Oh, Bruder Mein, guck mal Er hat keine Haare, ne? Man sagt ja immer so Seiten auf Kontostand Und sein Kontostand sind Null Dollar Oh, no Der singt weiter Da kann ich aber auch nichts machen Bin ich ehrlich, Bro Ja, Leute, was Ist halt so, ne? Flucht aus dem Gefängnis Oha Käpenfiddle will aus dem Knast ausbrechen Und er hat statt Chips Hat der Chilischoten dabei, oder was? Und die ist da Und fliegt damit weg Und das Hahaha Hä? Okay, cool Finden sie den richtigen Weg Mhm Wir haben hier Bellenbände Fragt sich, ja, welchen Weg soll ich gehen? Das weiß ich aber auch nicht, Bro Ich würde mal sagen Nimm mal, äh, vielleicht Äh, vielleicht mal den da Einfach hier durch Okay Und er hat den Schatz gefunden Und damit Ein goldenen Hut Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht Setzen sie sich für ein Datum Was? Oh, äh, Benben will hier Also Benben Ah Willst du jetzt hier, ähm Was willst du jetzt hier machen, Bro? Also Ganz ehrlich Wenn wir das wegrasieren Dann, äh, ist das Wahrscheinlich ein bisschen entspannter für ihn Und da kommt Baby Lina raus Und Jeet Geht weiter, Leute Entspannt Wache das faule Ei auf Wecke das faule Ei Okay, ja, also Ähm Dass die hier nicht richtig Deutsch sprechen Ist natürlich klar, Leute Aber Ich muss jetzt erstmal Aus den Nudeln Stinger Flynn machen Und der Klatscht den auf den Po Also Was zur Hölle Geht denn hier eigentlich In dem Game? Also Bin ich aber noch kritisch unterwegs, Leute Hashtag pervers Wenn ihr jetzt schon sagt So Mhh Ganz komischer Lachs Bring ihn zum Schnee Ja Ich soll ihn zum Schnee bringen Das heißt Ich, ähm Sie Also Opilla Bird nimmt den Stein Und wirft ihn auf Captain Phil Und das knallt Und ja Da ist der Schnee vom Baum Direkt auf ihn Also ich hab ihn zum Schnee gebracht Ja Machen Sie Opilla Bird Dass sie sich beängstigt fühlt Wir haben hier ein Steak und Grill Sehe ich mich im Sommer Ähm Wir haben hier Opilla Die Hunger hat Aber wenn wir das hier Zu einem Hühnchen verwandeln Zu einem Opilla Hühnchen Dann hat Opilla eher Angst Und sagt so Ne, ne, ne Mein Messer Lieber doch nicht essen So Sehe ich auch so Die Farben fehlen Was geht denn jetzt hier ab Ah Okay Ja Ich mach das Eis Zu Eis Und dadurch werden Wieder Farben In dieses Bild gerufen Okay Ja, das ist entspannt Machen wir direkt weiter Die Gefahr beseitigen Oh Gott Schnell Bam Bam Muss ins Loch fallen Und tschüss Was ist das hier oben Geht das nicht runter Oder was Wofür ist denn das Essen er eigentlich Lass ihn nicht gehen Hm Was können wir hier machen Oh Den Diamanten müssen wir auf jeden Fall Nicht wegwischen Er sieht ihn Und klatscht Jombo Josh eine Der kann den Diamanten Nicht klauen Nixer Hilf ihm durchzugehen Hier ist Opilla Räuber Bird Also die klaut gerade was Und wir haben hier den Polizisten Okay Der kann auf jeden Fall nix machen Aber wenn wir die Fische wegmachen Kommt der Polizist Und schlägt Opilla Bird kaputt Und nimmt sich die Kohle wieder Und Opilla Bird ist verhaftet Holte sich Ben Belina Wir haben hier Ben Belina Opilla Picasso Bird Okay Will hier bisschen malen Aha Und wir machen jetzt ein anderes Bild Und Oh Ja Leute Das bin ungefähr ich Wenn ich das malen würde Und Opilla sieht das Und es stinkt sauer Und das ist kein Picasso Junge Das ist ein Typ So wie ich Der in Kunst den 4 Minus hat Was haben wir hier Ben Belina als Magierin Und Opilla Bird Soll hier in diesen Käfig rein Aber was wäre Wenn wir Wenn wir da oben Den Apfel zu Käse verwandeln Die Maus den isst Das Gift auf Opilla geht Und Opilla ziemlich stark Und groß wird Ja Dann ist Feierabend Helfen Sie mir ein paar Fische zu fangen Ja Also Bro Ich sag dir wie es ist Du solltest dein Angelköder Mal in den Burger umwandeln Was holen wir dann da raus Stinger Flynn anscheinend Und der macht hier ein bisschen Remi Demi Mit Captain Fiddles Cool Jumbo gegen Monster Oh Gott Nimm mal deine Gun hier Und mach mal einen dicken Laser draus Und damit hat er die geschrumpft Und jetzt ist Jumbo Josh wieder am Hebel Der gefährliche Ozean Stinger Flynn hat hier einen Fisch in der Hand Wir können hier auf den Button Story klicken Was heißt das Ab Ebene 30 können wir irgendwas entsperren Okay das hier ist ein Stachelfisch Der hat sich befreit Und Stinger Flynn konnte ich nicht festhalten Fliehen Sie vor dem wütenden Vogel Ja Bro Da musst du dir mal vielleicht eher ein Motorboot suchen Ja doch nicht Ich sorg mal lieber dafür Dass Opilla Bird schwimmen geht Tschüss Und ups Sorry Bro Wir sollen verhindern Dass Opilla Bird hier Irgendwelche Eier klaut Und wir können hier bei dem nichts machen Was ist wenn wir hier oben Die Tür auf Und Jumbo Josh Jo Wie sauer ist der Jetzt knallt's Und hohoho Jo hat er den weggeschallert Tschüss Ein Schatz im Banksafe Was könnte man machen Wir nehmen die blaue Leitung weg Und damit haben wir nur noch die grüne und die rote Und dadurch sollte der Tresor aufgehen Aber Ben Ben ist da Und erschreckt Opilla Bird Liebe teilt Ich glaube Stinger Flynn will ein Eis Was will ich auch eins will Und ich will auch ein Eis Ah ja Stinger Flynn eingefroren Das Eis war ein bisschen zu krass für ihn Eine Qualle sollte auch nicht unbedingt ein Eis essen Mein Wester Aber ist okay Und ja Opilla Bird hat da ein bisschen Sag ich mal Komische Gedanken Wir sollen ihm helfen irgendwo einzubrechen Oh Gott Was können wir hier machen Also wir haben hier ein Haus Eine Mauer Und er hat einen Bogen Ich würde sagen da muss ein Haken ran Oder so ein Saugnapf Genau Und damit könnte er direkt nach oben klettern Aber der Polizei Opilla Ist da und wenn der jetzt das Band durchschneidet Ist Feierabend Oh was haben wir hier Eine Mumie Machen wir die mal Nicht mehr zu Jumbo Josh Ist das hier eher ein Butler Der hier Hähnchen bringt Und Opilla sieht das gerade Und hat gar keinen Bock mehr Die Wahrheit enthüllen Was ist hier die Wahrheit Wir haben die beiden Charaktere hier Bevelina und Benben Die heiraten anscheinend Alle sind entspannt Habe ich auch nichts dagegen Aber Es ist 12 Uhr Und Oh Gott Warum hat denn der jetzt nur noch eine Boxershorts an Was ist denn das hier Level 30 Flucht vor Opilla Wir machen das Ding hier Auf Okay können wir in dem Fall nicht Die Drohne auch nicht Den Knopf auch nicht Äh Wir haben hier eine Drohnenvermindung Die aktiviert den Knopf Opilla fällt runter Und er ist safe Auf entspannt Okay Dann gucken wir mal in die Story rein Wir haben jetzt die Geschichte Des Opilla Vogel Oh Wir können eine komplett andere Story eingehen Oder was Ich gehe mal Äh Wieder zurück Wir haben die ganz normale Ebene Und wir haben ganz normale Storys Oder was Okay Leute Also falls ihr Bock habt Können wir natürlich gerne nochmal in diese Story reinschauen Würde ich sagen In der nächsten Folge Hashtag Story Einfach in die Kommentare Und dann schauen wir da natürlich mal rein Ich spiele noch bis Level 40 Würde ich sagen Und wir sollen hier den Dieb halten Ich würde behaupten Dass das hier der beste Weg ist Und Tschüss Opilla Bird Kann hier gar nichts mehr klauen Warum ist der eigentlich immer so ein Dieb Gibt hier ein Versteckspiel Und Anscheinend ist Jumbo Josh hier Und tut so als wäre er eine Statue Und Bam Bam hat das jetzt gesehen Und jetzt knallt's Wie kommt man hier durch Das ist Opilla Bird mit E.T. Wenn wir die Brücke zu einer Rampe bauen Dann kann er hier ganz easy rüberfahren Und ist hier im Mond wie E.T. Ganz entspannt Fang den Dieb Hier drin ist keiner Hier auch nicht Aber da Was ist das denn Captain Viertel Zombie oder was Oh Opilla Bird Ist eigentlich der Dieb gewesen Rennt zum Polizisten Weil Captain Viertel einfach so ein heftiger Ekliger Zombie ist Mit so einem Mit so einem Schnatter Auge Helfen Sie ihm Einen Angriff zu entkommen Okay Bro Nimm dir einfach einen Regenschirm Und dann knallt's Und er hat die Ninja Sterne zurückbekommen Und jetzt ist Stinger Flynn Dad Nein Ben Ben hat den Ring für Ben Belina verloren Was machen wir da jetzt Äh Wenn man seinen Donut in einen Magneten umwandelt Dann könnte er den Ring wieder rausziehen Und er hat sogar Stinger Flynn rausgezogen Ah Das geht erstmal ordentlich auf die Mütze Autsch Captain Viertel will hier eine dicke Grillparty machen Aber ist zu dumm zum Grillen Was machen wir Ich würde sagen Das hier wird mal ein Flammenwerfer Dann kann er das Ding auch mal wieder ganz schnell anhauen Oh Ja okay Leute ich hab ja gesagt Er ist zu dumm zum Grillen Was sollen wir machen Lass ihn fallen Okay Wir sollen irgendwas fallen lassen Wenn das Rollschuhe sind Auf Eis Ganz schwierig Und Opilla Bird hat sich aufs Maul gelegt Autsch Okay wir haben ein Publikum Opilla Bird spielt gerade absolut eklige Trompete Ich würde sagen Machen wir das mal zu Na Ja okay Das ist eine Trompete sogar Ich weiß nicht was das vorher war Aber jetzt hört sich besser an Die beiden lieben das Beruhige den Affen Jumbo Josh hat den Telefon dabei Hier ist so ein Affe Der so einen Schatz bewacht Okay Ja Äh Wenn wir den Affen mit einer Banane beruhigen Alles auf entspannt Haben wir in sein Gesicht geschossen Und jetzt kann Jumbo Josh sich das Gold nehmen Und er ist rein Ich teile gleichmäßig diese Pizza Guck das an Mit einem Wischer Modernisiere Wir haben hier einen Schwarz-Weiß Fernseher Und den machen wir mal zu einem Flatscreen Und damit Digga Alter Junge Der hat ja die übelste Spacey Brille Soll ich mir auch mal so eine kaufen Ihr wisst ja Leute Ich bin zufällig Sonnenbrillenträger In meinen Aufnahmen Löschen das Überflüssige Wir machen gleich mit der Sonnenbrille weiter Und sollen das Überflüssige hier löschen Ähm Ich denke mal Wir sollen hier alles drum herum löschen Das sieht aus wie eine Katze hier Leute Ist auch einfach scheiße Wisst ihr wie ich mein Es ist auch einfach Bullshit Okay So alter Ich glaube ich hab hier das Überflüssige gefunden Das war ein so ein Teil Und damit setzt sich doch eine Katze zusammen Ich wusste es Du Maunzi Finde den Buchstaben N Äh ja Den Buchstaben N können wir ja gerne finden Wenn ich diesen hier mach Oder Hallo Ich hab noch den Buchstaben N gefunden Ja alter Ist das eigentlich Kaju Leute Lass doch mal den Schlitten los Du blöder Lörris Ja ne Also so wird es dann erstmal nicht Ich will doch nur die Buchstaben finden Gott Ja Kannste knicken Äh Mach ich mal so Mach ich mal eher so Das rote weg Leute Ja Und das hier Das ist ein N Ja als ob Keine Ahnung wie das passiert ist Lösche das Überflüssige Heil Cäsar Okay wir ähm Okay ähm Okay äh Äh Ja Cäsar Also das Tattoo sah ja sehr interessant aus Finde das Spiel Hallo mein Name Ling Ling Muss ich wieder gucken Oh Junge der Billard Profi Ling Ling spielt Billard und macht alles weg Das soll nicht rassistisch gemeint sein Das soll nicht rassistisch gemeint sein Nur zur Info Ne Das ist nur zur Belustigung alles Nur dass wir uns da verstehen Ihr wisst ganz genau was für Äh Ne Einsetzer ich bin Ich setze mich für alle ein Lösche das Feuer Hilfe es brennt Ja Da habe ich kurz den Hydranten aufgemacht Und äh Was sag mal was ist denn mit deinen Augenbrauen los Rette die Schildkröte Äh Ja Wir machen den Müll mal weg aus dem Ozean Die Schildkröte kann entspannt Äh Surfen Finde den Buchstaben E Och nicht schon wieder Mann Nicht schon Oh warte mal Ja Ja Perfekt Lockeres Ding Finde die festliche Mütze Ja Hier Weiß ich mein Und ich würde sagen Den hier weg Und dann haben wir hier den Bommel oben drauf Und das sieht gut aus Finde den kürzesten Weg Sag mal Leute So Fußweg Let's go Löse das Beispiel Wir haben hier einen Affen 4 plus 4 ist gleich 8 Der Affenarsch ist einfach nach oben gegangen Wie cool ist das denn Mache das Bild teurer Jo Ich würde sagen Kennt ihr das Bild Wer von euch Leute Wer von euch kennt dieses Bild Direkt Ich habe es in der Schule nachgemalt No joke 4 minus in Kunst gekriegt Von der ich immer in meinen Videos spreche Von der 4 minus in Kunst Von diesem Bild Wer weiß wie dieses Bild heißt Hashtag Name des Bildes rein So Wir können das Bild teurer machen Alter Spiele Also wer es jetzt nicht weiß Da weiß ich auch nicht weiter Gewinne den Preis Ähm 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 Ja Ähm Kein Ufo da rein Kein Ufo Ähm Wie soll ich denn den Preis gewinnen Ich hab doch keine Ahnung Ich hab doch keine Ahnung Ich weiß doch nicht wie man den Preis gewinnt Gewinne den Preis Wir müssen glaube ich mit dem Ufo Die Kühe einsaugen Die Kühe einsaugen Ja okay So geht es natürlich auch Lösche das Überflüssige schon wieder Ach Leute Das Überflüssige geht mir aber langsam echt auf den Sack Lasst euch mal was Neues einfallen 466 Rette die Liebe Oh nein Der Typ hat einen Rüssel wie Don Weiß was ich Junge Also das Ist da Das soll ein Kinderspiel sein Ne Verblüffe das Mädchen Hallo Senor Ich werde die Mädchen verblüffen mit Oh Leute ich kann nicht mehr Okay wir machen weiter Alter Tschüss Mädchen Also mich hat er verblüfft Beantwortet das Telefon Okay also wir machen mal den Knopf weg Und oha Schnell weiter Eios Mios Was geht denn hier ab Alter Schwede Da muss ich aber mal ganz schnell Die Vergrößerungsbrille aufsetzen Denn Ihr seht Wir haben eine schlechte Sicht Der Typ Junge Wow Baby Da muss ich jetzt aber Oh nein Wie kann man das nicht sehen Du Vollidiot Ich habe keinen Bock mehr Ich sage es ehrlich Finde die Ananas Och ne Leute Bitte nicht Tut es nicht Da ist eine Katze drin Oh ne Oh mein Gott Ananas Pizza Wer jetzt was in die Kommentare schreibt Ich rück euch Ich reiß euch alle auf Ich reiß euch alle auf Vor Wut kann ich nicht mal richtig reden So schlimm ist es Schmutz Verbessere die Note Ja Also es sieht schlecht aus Ähm Ich würde mal sagen Dinger du kriegst Äh Ja was kriegst du denn jetzt Leute wie können wir denn die Note Jetzt am besten verbessern Ist ja irgendwie 99 Machen wir ein A plus draus Finde das Einhorn Das ist äh Das war da oben Wir müssen glaube ich Erstmal das Ding hier weg machen Und somit haben wir ein Einhorn geschaffen Und das Ding ist süß Finde den Punk Okay Bro Ich finde den Punk Es ist doch hier der Punk oder Oh Junge Also ganz im Ernst Ich muss dir jetzt hier einen Tipp nehmen Und äh Da einfach so ein bisschen was abschneiden Da wäre ich nie drauf gekommen Nie im Leben Ich sag es euch wie es ist Was verbirgt sich hier hinter Ich mach den Schuh auf Nix Schneckerich ist am Bein Alter Gibt es ja irgendjemanden von den Zuschauern Der schon mal eine Schnecke am Bein hatte Also ich nicht Und ich habe damals schon locker 200 Schnecken oder so gesammelt In so einem fetten Eimer Level 425 Besiege die Räuber Und wir haben hier einen Räuber Und der Typ ist hier am Bankschalter Was hat er da in der Tasche drin Digga Wie siehst du denn eigentlich aus Du Clown Es ist der Clown alter Okay So geht es natürlich auch Vertreibe die Fliege Und äh Die Fliege hat Hunger auf den Ha- Auf den Ha- Auf den Haufen Scheiße Boah ey Ja Tut mir leid Aber es ist eine Schnecke gewesen Brudi Lösche das Überflüssige Wir haben einen Anker Und überflüssig an diesem Anker Ist auf jeden Fall Der Double Dreifach 360 Anker mäßig so Ähm Wir machen mal Warte mal Also irgendwie würde ich mal sagen Warte mal Leute was ist denn das hier Weißt du was ich meine Ah geht doch Ah richtiger Anker Finde die Brücke Wir haben hier Klein Lisa Und Klein Lisa ist auf jeden Fall Komplett am Arsch Ja Äh Wir sollen die Brücke finden Eigentlich Nehmen wir hier mal den Stein weg Ne Sonne weg Stein weg Wasser weg Ah Ein Regenbogen Macht gar keinen Sinn Setze das Schachbrett zusammen Was für ein Schachbrett Hä Leute wo ist denn hier ein Schachbrett Ah Ah Ja Ja Jetzt habe ich es verstanden Okay Ähm Also Leute Wer es noch nicht wusste Das hier ist ein Schachbrett Level 430 Durchsuche den Mann Och Ich habe noch gar keinen Bock Den Mann zu durchsuchen Alter Bruder Hast du ein Sixpack Digga Hä Oh Junge Meint ihr Ich sehe auch so aus Ja ne Leute Sixpack in die Kommentare Wenn ihr es Auch glaubt Ist nett Lösche das Überflüssige Wir haben keinen Kaktus Basketball Der Panda Kaktus weg Piss dich Junge Sehr gut Und der Drittier Riecht durch Nicht schlecht Holy Moly Das ist ein ganz klarer Fall Für die Vergrößerungslandbrille Und ähm Denkt dran Leute Dieses Spiel ist für Kinder Aber was geht da zur Hölle gerade ab Was macht der da Also wer hat gerade Überhaupt nicht so gedacht Ich Seine Uhr Seine Uhr ja weiter da behalten Mäßig so Ich sag mal so ne Ist doch Ist doch okay Sag mal Mach ich halt den Bart weg Leute wir müssen jetzt die Uhr Richtig schön kürzen Oha Sag mal Sag mal Sag mal was ist das für ne Uhr Ich muss mir einen Tipp holen Oh Mann Ich muss diesen Scheißbart abrasieren Ganz im Ernst Also diese Uhr Ich sag nix dazu Ich sage nix dazu Aber Schmutz Heitere die Versammlung auf Oha Baby Also ich würde sagen Zieht euch mal Habt ihr den Typen da links gesehen Heute ist ganz belastend hier Mache die Wäsche verführerischer Ich würde sagen Oh yeah Da seh ich mich Binde den Flamingo Ähm Wir machen die Wäsche Klammer weg Und dann hat der Flamingo Gleich die Socke an Und schon ist der Typ Lila Auf jedem Finde die Eiscreme Ich will Eiscreme Und zwar Was Hallo Ich will Eiscreme Eiscreme Ist gesehen Manchmal ist das Spiel Sehr komisch Finde das Cupcake Finde das Cupcake Leute heißt es Das oder der Cupcake Schreibt es gerne in die Kommentare Hm Ja Und den hier weg Und schon sind wir im Film Ich hätte jetzt Bock auf ein Cupcake Passiere die Überprüfung Achtung Allgemeine Polizeikontrolle Ich will einmal den Ausweis sehen Zu der Ordnungswidrigkeiten nach Paragraf 111 Ordnungswidrigkeiten gesetzt Wenn sie keinen Ausweis dabei haben Sie sind eine Raupe Das passt ja nicht so ganz zum Ausweis Wir gucken Leute Wir helfen schnell Verkleidung Verkleidung Abge Aufgesetzt Und Raupe jetzt Ah ja Das passt So gut Sie können sich etwas fürs Wiederhaben Schönen Tag wünsche ich Auf Wiedersehen Löschen das Überflüssige Der Schuh passt rein Die Uhr Äh die Brille Passt rein Die Uhr passt rein Der Fotoapparat passt rein Das Ding Die Flasche auch Ähm Der Schuh auch Äh Urlaub Den Weibern hinterher Ey jo was geht Den Weibern hinterher Ey jo was geht Und ich sag Yeah Ich hab Pogman Oh Digga da muss ich los Jo was geht Da muss ich richtig los Wir müssen los Leute Let's go Will ich jetzt aber auch mal mit gerne Auf die Badematte gehen Hilft den grünen Team zum Sieg Mhmm Jo Jo dann machen wir halt mal die 9 weg Die 9 weg Die 0 weg Tja 73 zu 9 Digga Anzeigetafel ist kaputt Was stimmt hier nicht Der Typ an der Banane Wie weiß was ich wäre Und äh der Schnabel ist auf jeden Fall Ein Ticken zu groß würde ich sagen Und schon ist der deutlich entspannter Der Adler sieht jetzt nicht mehr aus wie Taddeos Schneide ihren Pony Wir gucken uns erstmal die Fresse an Baby Ich hoffe deine Frisur gefällt dir heute gut Kommst du mit mir essen Ich lade dich ein Döner Kebab Cola Wer beobachtet sie Ja moin Ah ja Sie hat noch ne Boxershorts an Leute Ich wusste es ist nichts Für die Guck mal hier Wie geil ist das denn Digga Er hängt im Schrankmann Und hat den Teddybären am Start Und macht diesen Total gut Aber ist auch ne hübsche Finde das Auto Und ich würde sagen Das Auto fährt jetzt hier einfach zum anderen Berg Löse den Streit Ja Ich würde mal sagen Ich freue mich weil es Da ist jetzt nichts mehr Hallo Da ist jetzt nichts mehr Hab ich gesagt Sag mal Mach mal Sonne jetzt Ja Besser ist es Gelange zum Schatz Oha Da haben wir einen Zeitzünder Ähm Okay Kommen wir denn jetzt am besten zum Schatz Leute Oh Entspannt Er hat falsch gegraben Und wir haben hier einfach den Diamanten rausconnected Nice Level 450 Und das letzte für heute Mache aus dem Bleistift eine Skulptur Na 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 Ey wer so einen Bleistift zu Hause hat Der kriegt von mir direkt mal einen Oscar Das war's Leute Mit einem weiteren Video auf diesem Kanal Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst ein Like da Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Dann verpasst ihr nichts mehr Dinges dinges Küsschen Denkt dran Ist alles nur Spaß Deno Out Out Bis zum nächsten Mal.